Botox, steh mich nicht infrage. Die Leichen waren sowieso da und wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Das Beste wäre gewesen, wenn wir uns gar nicht erst mit dieser Metzgerin befasst hätten. Jetzt müssen wir uns mit ihr befassen. Ich denke, wir haben hier ein grundlegendes Problem. Wir sollten die Befehlskette direkt festlegen für diese Operation. Ja, und wir sollten das nicht auf der Straße tun. Lass uns den Palast in Augenschein nehmen, ob wir dort eine sichere Zuflucht haben oder nicht. Wenn ihr auf den Palast zugeht, ihr habt ihm das letzte Mal schon kurz gesehen, blau-grauer Marmor und eine verschlossene, zweifelige Tür, die euch dort empfängt. Und wenn ihr herantretet, könnt ihr sehen, wie dort wohl ein Bettler sitzt. Tulamitisch, definitiv. Während ihr auf ihn zugeht, könnt ihr das erkennen. Den Finger abgebissen mit den wenigen stumpigen Zehen, die er noch hat und schwirrt mit seinem eigenen Blut und dem Finger eine Nachricht an die Tür. Ja, mit seinem eigenen Blut, ihr könnt es identifizieren. In Ur-Tulamidischer Schrift immer wieder den gleichen Namen. Ja, ich packe mir den guten Mal und ziehe den von der Tür weg. Egal, was er da macht. Ich kenne Ur-Tulamidia, aber das kann wohl nicht gut sein. Weg hier! Verschwinde! Sofort! Ihr seid verflucht! Er läuft weg. Die ganze Stadt ist verflucht. Und ich hoffe, wir können was daran ändern. Ihr seid übelgelohnt. Naja, mich wundert, dass ihr nicht übelgelohnt seid. Hey, du da! Wasch die Tür da sauber! Das ist wahrhaftig nicht die erste verfluchte Stadt, in die wir eintreten, hm? Im Vergleich ist die sicher fast noch gastfreundlich. Das ist ja zwar, aber der Unterschied ist, für diese Stadt hat man mir die Verantwortung übertragen. Außerdem sind acht meiner Männer hier irgendwo tot. Kann ich mit diesem Namen irgendwas anfangen? Oder weiß ich überhaupt, dass es ein Name ist? Also ich kann Ur-Tulamidia. Sagen und Legenden. Und Raffin, bis jetzt hat man nur einmal versucht, uns umzubringen. Seht die positive Seite. Naja, das macht die Männer nicht mehr lebendig. Wir sind auch noch nicht lange in der Stadt. Das ist richtig. In Wahrung sind wir nicht so schnell auf den Plan getreten. In Wahrung hatten wir auch keine 50 Wilden im Schlepptau. 50 Männer, die gerade gekämpft haben, um euch am Leben zu halten. Da wäre ein bisschen Respekt mal angebracht. Richtig, 50 Leute aus unserem Clan. Ja, Lan. Aus eurem Clan, Voltax. Das ist richtig. Ich habe auch nur wenige tote Trollsucker gesehen. Ich habe sie nicht gezählt. Drei, vier waren es maximal gegen unzählige Tote dieser Banden. Also, die geben schon was her. Nun ja, es sind unsere Männer, die verloren haben. Dieser Lankana interessiert mich nicht. Dieser Schmuggler. Nun, unsere Rechnung kommt früher oder später immer. Und wir müssen sie bezahlen. Ansonsten können wir direkt wieder nach Hause gehen. Naja, aber ihr könnt den Männern trotzdem Respekt hingegen bringen, wenn sie für euch sterben. Wir sind keine verdammten Hunde. Sondern Männer, die wir hier in dieser Stadt gefolgt sind, weil wir hier hin wollten. Also behandelt sich mit Respekt oder ich werde euch welchen beibringen. So, Zulamin, sagt euch der Name was. Zulamin sagt er was. Abelmi ist wohl in den Berichten auch das ein oder andere Mal auf das neue Yarkesh gestoßen. Aber Zulamin weiß, dass es ein urzulamidisches, altes Yarkesh gibt. Die Stadt ist versunken, untergegangen. Wo genau sie sich befindet, weiß man nicht. Aber sie soll wohl von Charybdrod gar selbst gespült worden sein. Untergegangen. Vor Jahrtausenden. Ihr könnt vermutlich nicht einmal den Namen lesen, aber Yarkesh, vielleicht habt ihr schon mal von der Stadt gehört. Aber ich denke nicht, dass es um dieses Yarkesh geht. Eher um das ältere. Yarkesh, Yarkesh, Yarkesh. Das sagt mir überhaupt nichts, Zulamin. Kannst du das mal erläutern? Es ist mehr ein Märchen als, naja, ein geschichtliches Faktum. Aber in der Geschichte geht es um eine Stadt, die versunken ist. Durch die Macht der tiefen Tochter. Aber wo sie genau gelegen hat, ist keiner. Und warum schreibt der Mann das dann hier auf? Vielleicht, weil wir näher an dieser Stadt sind, als uns lieb ist? Oder weil er einfach verrückt war. Er lebt sicher sonst wie lange in dieser Stadt. Und welchem Geist das Zustand kann das schon lange gut tun? Da habt ihr recht. Ich würde diesen Fingerzeilen der Götter nicht ungesehen abtun. Manchmal schlagen die Götter unbekannte Wege und ungewöhnliche Wege vielleicht ein. Hm. Wer mag dieser Bettler nur sein? Ein Niemand, aber auch ein Niemand mag zum Sprachrohr der Götter oder finsterer Mächte werden. Naja, können wir das Ganze als Warnung auffassen und uns jetzt ins Innere dieses Palastes begeben, weil wir stehen mitten auf einem nächsten Hinterhalt. Ja, mittlerweile ist ja sicher auch die Schrift abgewischt. Und dann wird den Trollsackern ein Wink gegeben, das Tor zu öffnen. Das Tor wird aufgebrochen und ihr könnt hineintreten. Durch einen kleinen Flur betretet ihr dann einen großen Innenhof, der in Richtung einer Küche, der Wohn- und Badezimmeranlagen führt, beziehungsweise auf der linken Seite könnt ihr zu den Schaf- und Ziegenställen im Inneren, den Hühnerställen und hinter euch tatsächlich gibt es noch eine kleine Presse für Wein und Öl gelangen. Steht also erstmal im Innenhof, könnt noch mal nach oben schauen. Es gibt wohl noch einen zweiten Stock, der, ähm, es gibt noch von hier aus einen Balkon, den ihr erkennen könnt, denn das Atrium ist ein bisschen leicht geöffnet. Hm, kleiner als erwartet. Ja, Trollsacker ist sicher. Äh, Bolltags und Abelmir kennt euch doch am besten mit so Gebäuden aus. Würdet ihr mal gucken, ob ihr irgendwas seht? Irgendwas Präpariertes oder so? Aber ja, das können wir machen. Guck mal, ob irgendetwas hinsichtlich von, hm, Einbrüchen oder Präparierten Wänden oder der Leid zu finden ist. Ja, ich wirf mal eine Steinmetzprobe. Wenn ihr euch umseht, du wirst auf alle Fälle viel an Keramikgeschirr finden, was zerbrochen ist. Einige Vorratsfestchen, Kisten, Holzklötze, Essensvorbereitungen, ähm, die wohl allesamt durch den Wahnsinn gepackt an die Wände geworfen worden sind. Zahlreiche Schmierereien, nicht nur mit Blut, sondern auch mit Essen von den Vorbewohnern. Aber bis auf die aufgetretenen Bruchspuren der doppelflügeligen Tür gibt es keine Einbrüche. Also das wird wohl sicherlich dann der ehemalige Vorbesitzer, die Visierer vor euch dann getan haben. Die Schafe und Ziegen sind wohl geschlachtet worden. Einige liegen noch verhungert, da es kein Futter mehr gab, dann in ihrem Stall. Und, äh, zwei, drei Hühner könnt ihr noch erkennen, die dann wohl im oberen Bereich sind und dort, äh, irgendwie in dem, in dem Schlafraum die Kisten aufgepickt haben. Und dann wohl die letzten Hirsekörner aus den Kisten gepickt haben, die sind also noch im Leben. Im oberen Raum findet ihr Schlafräume, Aufenthaltssuchräume und noch mehr Schlafräume. Also da ist dann wohl für, nicht nur eure, ja doch, eure Trolzsacke und auch für euch könntet ihr da, äh, ein bisschen kuschelig dann genug Unterbringung bekommen. Der Palast scheint soweit in einem guten Zubschnitt zu sein, bedenkt man die Verwahrlosung der letzten Visierer. Und er ist gut zu verteidigen. Es gibt nur einen einzigen Ein- bzw. Ausgang und das ist dann die doppelflügige Tür. Gehe ich mir nochmal den Keller angucken. Gibt das nicht. Okay, super. Das ist ja sehr freudig. Mich wundert es, dass wir hier keine gefunden haben, die sich hier einquartiert haben. Ich meine, der Palast war doch nicht bewacht. Warum wurde diese Wohnstätte nicht benutzt? Wissen wir, wie die letzten Visierer, nun ja, gestorben ist? Naja, es kann auch sein, dass ich hier spukt. Vielleicht geht ihr rachsüchtiger Geist im Palast um. Ja, wie auch immer. Die Antwort darauf werdet ihr eventuell in einem der Ruheräume finden. Zumindest könnt ihr dort erkennen, wie es ein Gemälde gibt. Was allerdings nicht auf Papier oder Pergament gemalt worden ist, sondern direkt auf den Stein. Seht ihr das Bild da? Ja. Seht mal, das scheint ein Elementargeist zu sein. Das ist also keine typische aranische Kunst. Das ist das Erste, was euch auffällt, der Djinn. Seid ihr euch sicher, dass ihr ein Djinn ist? Ich meine, die Gestalt in der Mitte. Eindeutig ein Mann. Nein, nicht der in der Mitte. Aber die Leute verneigen sich vor ihm. In Aranien ist doch etwa eher ungewöhnlich, sich vor einem Manns verneigen, nicht wahr? Wurde der Mund des Mannes beabsichtigt nicht mitgemalt, oder? Oh je. Er wirkt wie ein finsterer Prophet. Das ganze Bild wirkt finster. Aber vielleicht auch nur, weil keine Farben benutzt wurden. Steht auf diesem Stein etwas? Ich kann das nicht erkennen. Ja, irgendetwas steht darauf. Ich dachte erst hinter ihm wäre das Meer, aber nein, doch nicht. Hm, was ist denn auf diesem Wimpel da zu sehen? Hm. Frage, Heraldic? Ja, wenn du willst, Heraldic, klar. Also es sind keine heraldischen Symbole, aber man kann das sicherlich angedeutet dann wohl identifizieren. Ich hatte spekuliert, es wäre vielleicht... Oh, plus eins. Ich hatte es spekuliert, es wäre vielleicht irgendwie einfach nur ein Startbutton von Bianca oder so ein altes. Äh, nee, ist es nicht. Ähm, Palmen, Wasser und Säulen... Hm. Du weißt nicht genau, was das ist. Schauen wir mal nach. Ich glaube, mit der plus eins, wenn ich es noch nicht geschafft habe. Aber abel mir. Gemeinsam mit den Sagen und Legenden hast du das wohl Jerkesch zugeordnet. Nun, es scheint wohl ein sehr altes Gemäld zu sein. Es zeigt das Wappen von Jerkesch anscheinend. Es ist sehr, sehr alt. Also ist das die Stadt Jerkesch, deinem Hintergrund? Vermutlich. An deinem Palast zu sein. Wieso, worüber ihr gesprochen habt, Zulamin, dieser Versunkene? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Stadt ausgesehen haben, Marc. Ich erinnere mich dunkel, dass der alte Paki-Zahl diese Geschichte einmal erzählt hätte. Aber wir haben viele Geschichten von ihm gehört. Und Jerkesch hat mich damals nicht so interessiert. Hier, das Meer, das war für mich damals alles noch sehr weit weg. Nun, es ist wohl nicht Yanka im Hintergrund. Hm. Das auf der linken Seite, das ist vom Thema her, wirkt das rechte Sünde gefährlich, oder? Nicht so finster wie der Mittelteil. Und der Buch zu sein, auf dem Sockel? Der rechte Teil wirkt aber auch finster. Seht doch mal dieses Bankett. Und der Mann mit dem Dolch. Oh je, da hat ein Messer. Ja, was steht auf der Säule? Aber mir tritt etwas näher heran und versuche, das zu identifizieren, auch wenn die otolaminischen Schriftzeichen auf diesem Gemälde dort in den Stein gemalt, schwer zu lesen ist. Hm. Dort steht, zu Ehren des allein gehörnten Gottes, mein Seelensplitterbild? Donatium. Sagt recht dieser Name etwas? Donatium? Nein. Aber gehörnter Gott? Ich kann ja keinen Gott, der Hörner hat. Ich schon. Aber ihn als alleinigen und einzigen zu bezeichnen, wäre doch sehr vermessen. Mir gefällt das nicht. Hat euer geschubter Gott der Zeit nicht Hörner? Er hat's Dämon. Ja, und auch Leftern hat Hörner. Aber ich denke nicht, dass es hier um Leftern geht. Nun, vielleicht sollten wir ein wenig in die Vergangenheit schreiten. Wenn Yerkash vergangen ist, vielleicht meint ihn eine Entität aus dunkleren Zeitaltern. Yerkash, Yerkash, Yerkash. Ich kann in die Vergangenheit blicken. Habt ihr das Gefühl, dass wir diesen Namen vielleicht nicht mehr sagen sollten? Dieser. Also, man hört einen leichten Hall in diesen Gemäuern, aber der Name, er heilt um einiges öfter. Ich habe nichts gehört. Das rechts oben könnte eine Kapelle sein, oder? Das ist nur für was? Es sieht nicht besonders thalamidisch aus, wenn ihr mich fragt, nicht wahr? Habt ihr recht? Trag von Kekrach kommt da rein. Hey, hey Bruder, da kommt wer. Kleine, kleine Trollzockerkrieger. Oh ja, ich komme nur draußen. Habt ihr die Gefangenen schon in den Hof gebracht? Ja, liegen alle da. Sie werden sich nur bei mir bewegen. Meine sind gebrochen. Naja, aber hier auch befohlen, ne? Ja, Zulamin wollt ihr mitkommen oder euch das faszinierende Bild hier anschauen? Ich denke, ich sollte mich darum kümmern. Ich komme mit. Ich denke übrigens, dass ihr es am Ende zerstören solltet, aber was weiß ich schon. Das Bild wartet lieber noch ein wenig. Ich werde garantiert nicht alleine hier vorstehen bleiben. Ich komme auch mit. Oh, und ich werde nicht hier schlafen. Kann niemand anders tun. Das ist doch kein Schlafgemach. Warte nicht. Aber da hinten liegen doch Stofffetzen in der Ecke. Ich dachte, es war mal ein Strohsack. Mit Strohsack aus Samt? Und ich weiß nicht, warum aus Tulaimia ihre Strohsäcke machen. Ich glaube, das sind eher Fetzen von, nun, einer Wandverkleidung. Bisschen schäbig, oder? Eine Wandverkleidung? Hm. Na, gehen wir. Hey, Blutlauser! Ja, Raffimil, drittenmal draußen vor die Flügeltüren. Wer steht denn da? Ein Ferginer Krieger. Gut aussehend, mit dunklem Lidschatten und einem sehr gut geschnittenen Bart, wilde Locken und einer edlen Kriegerrüstung. Kronomin trott auch nach draußen. Sei gegrüßt. Bist du der Haran, dieser Sibir? Was bin ich wohl? Ich bin Jaraben Harasami. Der Schlechter von einigen. Unter anderem den großartigen Aldizichitima. Wir haben die Nachtwende von Yanka besiegt. Kronomin neigt respektvoll den Kopf. Wir haben Brasaraks blutige Befeuer besiegt. Wir haben Neobahn Schergen besiegt. Und ihr seid die neue Vizierer, ja? Ich bin die neue Vizierer. Und ich möchte noch einige mehr in dieser Stadt besiegen. So, so. Denn ihr habt offensichtlich noch genug übrig gelassen. Ihr bringt mir neue Ferginer Krieger. Groß, stattlich. So etwas sieht man hier nicht. Von welchem Stamme sind sie? Sie sind vom Stamm der Kurga. Und mein Streiter, sie weist auf Rafim, hat sie für meine Sache gewonnen. Wir sind hier, um die Froschmenschen aus der Stadt zu werfen. Ein edles Ziel. So war Rastula sagt. Ein Ziel, dem ihr euch anschließen könntet? Unter Bedingung. Welche? Rastula sagt, meidet die Frauen und wechselt weder Worte noch Blicke mit ihnen, sofern sie nicht den Ehebund mit ihm getreten sind. Nun, dann sündigt ihr gerade. Warum seid ihr trotzdem hier? Wir können in Zukunft mit uns miteinander unterhalten. Und ich sündige nicht, sofern ihr... Ihr seid hübsch, Mädchen. Wollt ihr in mein Haar haben? Wir brauchen neue Krieger. Wer geht dieses Zeine-Version eines Haarads-Antrags, oder? Ähm, ich denke das auch. Ich bin nur gespannt, wie ihr aufgenommen wird. Nun, ich fühle mich geschmeichelt. Aber ihr solltet mich nicht als Frau sehen. Ich bin nicht als Frau hier, sondern als Gesandte der Götter. Und ich habe eine Aufgabe. Ich werde mein Leben nicht in eurem Harem verbringen. Ich bin hier, um zu befehlen, nicht um zu gehorchen. Als Gesandte der Götter. Es gibt nur einen Gott. Rashtula ist sein Name. Und ich bin die Erwählte seiner Gemahlin Rascha. Der Roten Schwester. Die Prophetin. Die Prophetin. Und meine Göttin hasst die Froschmenschen. Denn ihr Blut ist nicht rot, wie es Rascha wohlgefällig ist. Sondern nachtblau. Sie will, dass das hier endet. So wie auch wir es wollen. Wir sind zu wenige. Der Kult des Malmau ist gar groß. Sind das die Leute von dieser Neraida? Neraida ist schwach. Nein. Sie führen gottlose Kreaturen in ihren Reihen. Riesige Krebsmenschen. Froschmenschen. Und diejenigen, die sich verwandeln. Das liegt daran, dass sie sich nicht an die Speisegebote halten. Der gottgefällige Speist nicht von der Nebelkrähe, der Sandkrähe, der Rohrdommel. Den Lämmern, den Bartgeiern, den Fledermäusen oder den Sturzbilligern. Nichts, was gespaltene Hufe hat. Gefiederte Wesen. Nicht vom eigenen Kamel, Maultier, Pferd. Einem Reitier des Freundes oder des Vaters und nicht vom Maulwurf. Sie, der Gagelweil, haben gesündigt. Ich habe hier Menschen gesehen, die vom Fleisch anderer Menschen essen. Und das ist die größte Sünde von allen. Sie sollen verschlagen werden. Wer von Speisegeboten redet. Man speist auch nichts, was lange Ohren oder Schuppenhaut trägt und was im Wasser lebt. Bitte, dass mir den Schuppen stimmt. Wieder an den Geschuppten. Hurchtbar. Gesetz Nummer 16. Er nickt. Ja, will ihr uns jetzt helfen oder nicht? Kannst du uns sagen, wo das Quartier der Froschmenschen ist? Wo verstecken sie sich? Welches Viertel gehört ihnen? Der Hafen. Der Ganze? Der Ganze. Und eigentlich gehört ihnen ganz Janka, doch ihr Interesse scheint sich nur auf den Hafen auszudehnen. Derweil konnten wir uns die Stadt in Regionen aufteilen. Welches ist euer Viertel? Nun, der Bazar. Der Bazar und das Arena-Viertel. Ein stattlicher Teil der Stadt. Schließt euch mir an. Gemeinsam werden wir sie besiegen. Ich biete euch an, euch mir anzuschließen. Wenn wir gegen den Malma kämpfen und die Froschmenschen aus der Stadt sind, dann könnte euch sehr viel mehr der Stadt gehören. Die Hafengebiete werden dann frei. Aber könnt ihr uns überhaupt helfen, wenn wir gegen den Malma ziehen? Die Fakiner sind ein Reitervolk. Habt ihr auf See überhaupt Wert für uns? Auf See? Giftiges Wasser. Das meiden wir. Aber, wie Gesetz Nummer 3 sagt, wir sind von Zorn und Trauer erfüllt. Wir streiten den ganzen Tag. Und wenn es gegen die Feinde geht, Schuppenkreaturen, dann sterben wir ohne Angst. Das ist die richtige Einstellung. Dieser Mann ist sehr vernünftig. Geist und Körper, Gebet und Kampf. Ihr müsst einen starken Willen haben, dass ihr in dieser Stadt noch nicht wahnsinnig geworden seid. Die Einzigen. Das gefällt mir. Ihr nehmt also an, ihr werdet in meinen Haaren meintreten? Nein, das werde ich nicht. Aber ich biete euch an, unsere Reihen zu verstärken. Und am Ende mit einem Gibi-Its-Gewinn belohnt zu werden. Hm. So besiegen wir gemeinsam mit diesen Verkina vom Stamme der Kurga das Geschuppte. Dann soll es so sein. Prophetin von Raya. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, ihr solltet nicht mit den Torvalern sprechen. Sie sind wahnsinnig. Davon habe ich auch gehört. Aber sie kennen das mehr. Und manchmal liegt Wahrheit im Wahnsinn. Warum sind sie wahnsinnig? Sie haben sich eine Schlange, eine große Schlange auf ihre Schilde gemalt. Boah. Was? Solamin wirft einen schnellen Blick über die Schulter. Das ist kein gutes Zeichen. Habt Dank, dass ihr uns dies mitgeteilt habt. Also, ihr werdet nicht in unseren Haaren meintreten. Wir müssen euch trotzdem einen Beweis abverlangen, dass ihr die Prophetin von Raya seid. Ich muss euch gar nichts beweisen. Aber wie stellt ihr euch das überhaupt vor? Denkt ihr, die Götter haben Zeit für so etwas? Wir haben bei uns in der Arena. Kommt dorthin. Ein Pferd. Es ist unreitbar. Solltet ihr es sehen und reiten können, so werden wir euch anschließen. Ohne Murren. Solltet ihr unterliegen, werdet ihr mich heiraten. Und in meine Haare meintreten. Mädchen. Nennt mich nicht so. Ich werde euch... Oh, Stuna Akbar. Ich werde euch... Wir sehen uns. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Ich werde mir euer Pferd ansehen. Aber ich habe euch gesagt, dass ich euch nicht heiraten werde. Eier geht ab. Selbstgefällig. Wie er ist. Ich bin der Einzige, der ihm dreimal eine Zimmern wollte. Wie sagt der Kino? Schlimmer als die Torwanderer. Also eigentlich hat er ganz vernünftige Sachen über die Geschubbten gesagt. Ja, du hast keine Restwecke gerade tolltags. Was denn? Der Kino hat auch recht. Ähm, bevor wir jetzt hier wieder in Diskussionen ausarten, wollten wir nicht drinnen das Ganze mit der Befehlstruktur mal eben besprechen. Das eignet sich doch jetzt ganz gut. Meine Befehls kann festlegen. Bevor diese Metzgerin auch noch hier auftaucht. Ja, und ich sage das doch relativ klar. Aber mir ist der Käpt'n, Sulamin ist die Vizera. Was brauchen wir mehr? Sulamin ist die Vizera. Sie hat ein Land das Sagen. Das ist richtig. Gut, solange wir uns alle darauf einigen können, dass Sulamins Wort am meisten wiegt. Am meisten wiegt das Wort der unsterblichen Götter, Diamantis. Nun, die sind nicht hier. Ihr wisst, wie ich das gemeint habe. Ja, Lan. Eine weise Herrscherin hört auf ihre Ratgeber und entscheidet dann selbst. Na ja. Ich bin an eurer Meinung interessiert und ihr dürft sie gerne äußern. Aber wenn ich mich entschieden habe, dann nehmt das bitte hin. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, die ganze Stadt gehört abgebrannt. Und wir sollten noch eins festlegen. Wir sollten ihr in der Öffentlichkeit vor Zeugen nicht widersprechen. Sie ist die Herrscherin. Sie herrscht. Das ist richtig. Ja, Lan. Ich hoffe, keiner von euch ist so dämlich, dass man das erklären muss. Ich wollte es noch einmal so klarstellen. Danke, Abelmir. Lasst uns noch kurz über die Sache mit dieser Metzgerin reden. Ich denke, wenn ihr nun einmal mit ihr gesprochen habt, können wir versuchen, von ihr Informationen zu bekommen. Aber ich möchte keine Abmachung mit ihr. Denn ich habe auf jeden Fall vor, ihrem Treiben ein Ende zu setzen. Vielleicht nicht jetzt, aber bevor wir diese Stadt wieder verlassen. Nun, ich möchte auch keine Abmachung mit ihr. Zum einen können wir sie ausquetschen, zum anderen können wir sie sicherlich in einen gefährlicheren Hinterhalt locken, als durch die Stadt zu rufen und nach ihr zu rufen. Verzeiht. Durch die Stadt zu laufen und nach ihr zu rufen. Hätte Raphim jetzt den Trollsager da gelassen, wäre die Sache schon erledigt. Ihr habt euch einfach abgesetzt, ohne ein Wort zu sagen. Wir haben euch gesagt, wo wir hingehen. Ihr seid, ihr sucht nach den verlorenen Kriegern und nicht, dass ihr mit der Metzgerin sprechen wollt. Das ist richtig. Das ist ganz allein auf eurem Mist gewachsen. Und ich sage, das letzte Mal, als ihr einen Plan hattet, mussten wir uns aus dem Knast holen. Also, überlasst Sulamin das Denken und uns das Handeln. Halt dich aus der Sache raus, Boltax. Die Metzgerin hätte sich so oder so diese Körper, diese Leichen unter den Nageln gerissen. Nur so haben wir auch die Möglichkeit gehabt, mit ihr zu reden und sie als, ich will sie nicht Verbündete nennen, das ist sie wahrlich nicht, aber als Werkzeug hier in dieser Stadt nutzen zu können, um jemanden Ortskundigen zu haben. Das hatte Sulamin doch explizit ausgeschlossen. Was genau habt ihr ihr gesagt? Was habt ihr mit ihr besprochen und abgemacht?